Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8956 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Kunde ist mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden und hat einen Teil davon bereits bezahlt. Der Kunde ist mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden und hat einen Teil davon bereits bezahlt. In unserem Garten steht ein Pavillon mit Beleuchtung, einem Tisch und zwei Stühlen. In unserem Garten steht ein Pavillon mit Beleuchtung, einem Tisch und zwei Stühlen. In unserem Garten steht ein Pavillon mit Beleuchtung, einem Tisch und zwei Stühlen. Ich arbeite in einem Callcenter und kann mir dort meine Arbeitszeit absolut frei einteilen. Ich arbeite in einem Callcenter und kann mir dort meine Arbeitszeit absolut frei einteilen. Alle Mitarbeiter leiten abwechselnd das Meeting. So hat jeder die Möglichkeit, vor der Gruppe zu sprechen. Der Kinderwagen ist klein und leicht. Er ist ideal für Spaziergänge mit unserem neugierigen Kind. Der Kinderwagen ist klein und leicht. Er ist ideal für Spaziergänge mit unserem neugierigen Kind. Der Kinderwagen ist klein und leicht. Er ist ideal für Spaziergänge mit unserem neugierigen Kind. Die Yogamatte liegt schon vor dem Sofa. Gleich beginnt mein Frauchen mit den Übungen. Die Yogamatte liegt schon vor dem Sofa. Gleich beginnt mein Frauchen mit den Übungen. Die Yogamatte liegt schon vor dem Sofa. Gleich beginnt mein Frauchen mit den Übungen. Elektriker sind für die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten zuständig. Elektriker sind für die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten zuständig. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vergesst bitte ein Like. Vielen Dank.